Die Kamera läuft! Wechsel! Stopp! Stopp! Bitch! Bitch! Ich denke doch gleich! Ich denke auch meine Mutter! Wie lange müssen Sie am Prügeln sein? 15 Sekunden würde ich sagen. 15 Sekunden. Aber du meinst nicht zu kurz? Nein, das ist eure Entscheidung. Nächster Stopp werden wir so machen, dass Sie meinen nächsten Stopp so verharrt, wie Sie gerade sind. Freeze quasi. Freeze. Ist gut? Freeze! Hins. Dann können wir ihn vielmehr von hier sagen, wie er fällt und unten könnte er ein Party auffangen. Das kann er wirklich so rückwärts runterfallen. Ja, ey, was ist los? Ja, ey. Was ist los? Ja, ey. Ja, ey. Und wenn ich Zeit und so... Wir sind schon Schlegerie oder eben Kappel. Nein, ich denke so. Das ist einfach... Der Fleurling mit dem Aschfinger vorbeileben. Nein. Ja. Ah! Er ist erfüllt! Ja! Was machen Sie da draußen? Hallo, ich bin. Ja. Er tut erfüllt. Von SF. Wollt es? Ja. Nein. 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 Wir laufen jetzt weg. Du kannst sie genau von hier laufen lassen. Von dort wo du stehst, kannst du hier rauslaufen. Das geht genau. Ja, sie entscheiden. Wir haben hier eine Mehrheitsschönheit. Ja. Leg sie. Komm. Abbrechen. Ich muss legen. Ist das ... Ein bisschen ... Wir müssen nicht ganz anfangen. Dann müssen wir weglaufen. Wir sind nicht sonst die Kinder. Wir sind sonst die Kinder. Hier hör ich ... Das ist hier ein Film! Hockey Gang! Ja, hier! Wie ihr so gefunden habt, was ihr ähm... Ja, deswegen habt ihr den alten Platz zum Filmtraum... Die Erfahrungen vielleicht kurz... Ja, was euch besonders gefallen hat, was ihr so... Hockey, ist ihr so? Ja, also es war richtig lustig mit euch allen. Das hat mich wirklich gefreut. Vielen Dank!